So, ich sitze in der Eistonne, wir fahren durch den Baumarkt, noch kann ich, ich hoffe Christine fährt nirgendwo gehen, noch kann ich lachen, im Winter ist Wasser drin, aber ich denke so eine Eistonne, so eine Regentonne reicht erstmal um zu starten, ne, wischen Wasser rein, los geht's, oh, ich guck mal über den Rand, alter, ja, wunderbar.